los hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft lebe mit dem Auswein Hallöchen wir haben ein bisschen aus hier weitergemacht gleichzu haben wir einen Sprengbrunnen gebaut und Fabi will das bisschen begleiten äh begleichen und ich helfe mir ein bisschen dabei so ich bin hier der Sprengmeister nicht hier oben ne weiter nach unten weil hier oben das passt eigentlich schon so ungefähr naja ne am oben oben ist besser dann komm mal mit du hast schon das klingt ja auch nach unten sprengt dann da oben hin da ja ja das sollte passen äh feuerzeug Sündung ich muss hier raus rum ey ich bin gefangen der Sprengmeister ist gefangen Achtung ha 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 hallo 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 ich sage ich auch oben sprengen ich habe extra unten drunter blöcke gehabt na wobei das passt eigentlich so von der höhe her glaube ich ne sprengung Das passt perfekt, also der Boden ist zwar einen zu tief hier an der Stelle, aber ansonsten... Nein, Aussi, das war viel zu nah am Rand. Nein. Na, geht. Von der Höhe passt es auch. Ja, so ungefähr, also manche Stellen muss man noch ein bisschen... Nein! Doch! Hier nicht. Doch! Ja. Oh, nöge Tante. Hier! Aua! Aua! Schade, ich hab gedacht, ich krieg dich bis da reingeboxt. So, wir dekorieren hier... Nein, was heißt wir dekorieren? Ah! Scheinmal ist das selber angezündet. Ah! Kommt! Du wolltest auch mal in die Luft gehen. Ja. Ah! Ich hab schon ein TNT mehr. Kein TNT mehr? Ne. Wir müssen aber jetzt herstellen können, oder nicht? Ja, das schon. Ich wollte das jetzt... Besser mal schaufeln. Ja, jetzt muss ich einfach hier noch kurz die paar Ecken wegzumachen und dann... Oder aufzufüllen. Was soll ich denn? Nein, muss ein bisschen in Stein gearbeitet werden, aber... So... Es lohnt es nicht, dafür einen TT zu holen. Ich höre echt, dass wir in den Tieren lag mit einem Leggen. Toll was so. Also, es läuft auf jeden Fall jetzt flüssiger seitdem. Weil Ossi hat nämlich in der Zwischenzeit, weil ich auf die Idee gekommen bin, vielleicht liegt er an den Tieren. Und dann ist Ossi hingegangen und ja... Hat kurz einen Prozess gemacht bei so ein paar Tiefers. Ja, und seitdem läuft es etwas flüssiger. Es ist wunders, dass sich keiner im Chat beschwert hat wegen dem TNT. Hätte ich jetzt auch... Ja, oder? Dass das wirklich nur bei uns hier lag, weil theoretisch haben ja nur wir die Chunks geladen. Ja. Weil ich weiß zwar nicht, wo der nächste ist, aber... Ja, sollte einiges weit weg sein. Heiße. Kurz ein bisschen tiefer hier, ne? Mhm. Da ficken die hier aber auch drauf. Äh, es tendiert schon einiges gebraucht. Hat's auch, aber trotzdem musst du noch einiges hier per Hand machen. Mhm. Ja, guck mal, auf welche Höhe müssen wir denn auf die? Ja, wobei, das ist gar nicht so viel. Nö. Okay, das wär mehr. Ne, ist nur die eine Schicht, die ab muss. Eine Schicht die ab muss und dann muss die gegen... Ne, zwei müssen ab, weil die muss ja immer ersetzt werden durch Erde. So. So. Lalalala. Oh Gott. Teilweise vermehren sich die Tiere aber, glaub ich, auch irgendwie selber, ohne irgendwas. Mhm. Weil heute morgen bin ich online gegangen und wir hatten gestern safe nicht so viele Schweine. Ja. So. So. toll. Oh, du? Nein, meine erste Schaufel ist kaputt gegangen. Hä. Bei mir ist jetzt. Ich bin jetzt an der vierten Schaufel dran. Mhm. doch richtig so hier müssen wir ja so ein bisschen den berg wieder diese abstufungsform bringen Also da passt alles, theoretisch müsst ihr jetzt nur noch weiter in Richtung rechts. Ich hab gar keine Spitzhacke mehr. Super. Ich auch nicht. Das ist ein neuer Spitzhacke mehr. Oder bringst du mir eine mit? Ja, kann ich machen. Danke. So. Ach. Überlatschen. So. Ich hab selber keine gemacht, oder was? Doch. Ich schaue mir immer noch ein bisschen aufräumen. Mann, jetzt ihre Küsse voll, außer die kleinen. Ja, wohnen dringend diese Lager. Oder mehrere Lager. Ja, und jetzt die kleinen Küsse auch voll. So, ähm. Mein Inventar ist ja auch noch mal komplett voll, ne? Wegen dem bisschen Erde, was wir hier abbauen. Lass uns schon mal zeigen, wieviel Tiere wir noch haben. Wir haben jetzt nur sieben Schweine. Ne, fünf. Fünf. Ja. Okay, geht aber ja. Rüchtenreich. So. Rüchtenreich haben wir auch genug erstmal. Der leckt's, glaub ich, wieder. Mh, weiter. So, äh. Ach, komm, meine Schöne. Ey, ein Tonklumpen. Ich weiß, die hab ich irgendwann mal gefunden in der Farmwelt, als ich, äh, rumgerannt bin. Brauchst du Ton? Ja, aber dann bräuchte ich so viel. Gut, dann kann ich bisschen Farmen gehen. Kannst du unten zum Meer gehen, dann müsste auch sein. Ich find mein Ton voll viel. Also, oder voll oft. Äh, ja, aber daraus muss ich dann ja die Ziegelsteine. Eine machen. Daraus machen wir dann so'n Ofen. Ofenraum. Ne. So Art Bäcker oder was? Ofenraum. Ja, wobei doch eigentlich würde ich den kompletten Raum aus Dings machen, weil wenn da dauerhaft Feuer ist. Dann zieh mir da von mir aus doppelte Wände rein. Also, von außen sieht's halt nicht so nach Stein aus und von innen, aber... Aua. Hab jetzt schon übern's Neckton. Ganz heftig? Ja. Doll. Das finde ich voll schnell eigentlich. So viel ist da unten im Meer. Ne, ich bin grad so'n kleinen Teich, wo ich grad drin bin. Guck, wo ich bin. Oh, das ist jetzt nicht. Ne, ich hab ganz kurz den Namen grad eben aufklicken gesehen, aber... Das ist so'n Mini-Teich. Ist noch nicht mal 10x10 vielleicht... Noch nicht mal 10x10 breiter. Ich hab... Fast zwei Stacks tun. Das ist dann heftig. Abends mehr... Sand, darfst du. Bist du tot? Nein, du bist Kies. Da, ist toll. La, la, la. Autsch. Autsch. Mann. Du musst auftauchen immer. Alter, ist ja viel Kies. Da ist Ton. Super. Autsch. Autsch. Mann, das tut voll weh. Ja, tut weh. Wasserschaden oder was? Ja. Da ist tot. Ja, bald wird... Ja, bald wird's gleich runter. Bald wird's tot, Alter. Oh. Oh. Okay. Ouch. Sooo... Das ist eine andere Richtung, wenn ich einigermaßen glatt war, alter. Ach, Moni, jetzt geht's ja auch schon wieder aus, alter. Mach mal den Energiesparmodus aus bei dem Ding. Ja, alle vier Stunden gilt der Ausgehen. Tja, Fabi. Eins, zwei, drei... Und dann einfach einschlafen, dann juckt's mich nicht. Ich hab dran... Aber tagsüber? Ich hab dran halt Stacks, Thron. Da, Thron. Ja, juhu. Also, ich glaub, wenn wir dann TNT nicht gehabt hätten, dann hätte das noch länger gedauert. Ja. Also, also so als Mal warst du für TNT. Hm? Also, so als Mal warst du für TNT. Ja. Juhu. Drei Stacks, Thron. Ne, vier. Oh, warte, ich weiß aber, wo ich noch nicht fertig bin. Einige gehen bis zum Strand. Hier ist Kohle. Kohle unterm Wasser. Oh, da ist der Tod. Wird gleich tot. Ja, dann pass mal auf, ne? Ja, ja. Juhu. 51 Leute sind online, junger Junge. Jetzt genau... Ne, aber das ist... Der ist nicht drin. Ja, aber das ist drin. Ich komme mit drei Stacks, äh, mit vier Stacks Thron. Wie ist das? Muss man schon braten? Also in den Ofen machen? Ne, oder? Schweiß rein. Ne, dann muss ich gleich selber gucken, wie ich das machen muss. Oder? Schweiß rein. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie das ist. Dass ich das rausbekommen, was ich haben möchte. Ist das die Höhe? Du willst also diese roten Ziegelsteine raus, da kommen, gell? Ja. Die roten Ziegelsteine möchte ich haben, daraus kannst du ja dann die Ziegel machen. Also die Löcke. Ah, du musst sie im Ofen braten und wenn sie zum Ziegel, also Bronze und dann vier Stück, dann hast du zum Ziegelstein. So ähnlich wie mit Cobblestone und Stone halt. Ja. Soll ich sie denn hier reinpacken in den Ofen? Kannst du? Ja. Ja, mach gut. Äh, Kohle. Hm. Immer diese netten Lots, die sie am Tag machen. Aber ich wollte sagen, das war's für die nächste Folge. Also wenn's euch gefallen hat, schaut dann auch vorbei, gebt mir wieder ein Like, Abonne, Anerkontrolle und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. 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 Ciao.